Die Riga-Station war nur der erste Halt auf meiner Reise, aber die Karawane fuhr nicht weiter. Bevor sich also unsere Wege trennten, tranken wir auf unser Überleben. Der Wodka ertrinkte meine Furcht, allein zur Polis zu reisen allerdings nicht. Aber dann, zu meiner Überraschung, stieß ich auf einen Partner, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Hoffentlich sieht der Partner gut aus. Ich bin der Atjom. Nicht du. Du. Ja, saufen ist gut. Erster Alkohol, dann die Frauen. Ohne dich, Atjom, wären wir wie kurz erfetzt worden. Du hättest einen Orden verdient. Ja, hast du einen dabei? Wo hast du die her? Auf dich, Atjom. Ja, nur einer geht noch. Auf dich. Atjom, bist du wirklich immun gegen diese Scheiße? Ja, warte mal ein Moment. Was ist denn noch dieser Pilzwort? Nein, der Pilzwort gar nicht, aber... Okay, das müssen wir mal untersuchen. Wer bist du? Auf dein Glück, und auf Atjom. Ja, auf deine Gesundheit. Jetzt habe ich mich doch gerade verletzt. Der Wodka auch rein. Na. Wem sagst du das? Der Tunnel zum Markis verschlossen. Nur der Langzeit zu toll. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. S. Was haben wir denn hier? Das stört es doch nicht, oder? Nein? Ja, dann geht's. Oh, tut mir leid. Ja, keiner mag mich. Moment, oh. Überall liegt Kotze rum. Ich glaube, die Kotze sieht komisch aus. Die sammel ich mal ein. Oh, ey Süße, soll ich mal ein bisschen was auf dem Klavier für dich spielen? Siehst du, ein Ton, zwei Ton, drei Ton, mehr Ton. Ja. Oh, ja. Ja. Mein Zeug ist das Beste in der Gegend, ist nämlich das Einzige in der Gegend. Ja, scheiße, ist schon wieder abgestürzt. Ja, gut, äh, hallo. Warte mal, ich lege jetzt hier mal meine exklusive High Speed DVD auf. Warte mal, und da ist ja, da ist der Fernseher, warte, da ist der Fernseher. So. Ja. Eins. Dum 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 dum. Dünn, 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 dünn. Dünn, dünn, dünn. Jawohl. Da rucksä. Nochmal eine. Ey, du, willst du tanzen? Du, nett. Du. Langsam haben wir alle Lieder durchgehabt, oder? Na gut, also. Ey, Leute, ich geh da mal wieder. Was? Nicht betroffen? Betrunken. Eine Patrone. Ich habe Sachen Hunger. Nein. Alter, ich habe Nein gesagt. Jetzt hat er einen fahren lassen. Super. Na jo, ich will auch so eine zugeheine Maske haben. Bewegung. Der Tunnel zum Banditenüberfall. Sonderangebote. Der beste Wechselkurs in der ganzen Metro. Hi. Was haben wir hier so? Äh, nein. Alter, die kosten viel zu viel. Ups, tut mir leid. Ich will immer auf Escape drücken. Was wird der so? Ah, hier, der hat Waffen. Der ist für Babys. Nee. Ach, schon wieder. Scheiße. Naja, gut. Also, ähm, warte mal. Was wollten wir eigentlich jetzt nochmal machen? Finden Sie einen Weg aus der Station heraus, um die Reise zur Polis fortzusetzen zu können. Zu machen. Nein. Hallo, du hast gewonnen, Junge. Ähm, wer will das wissen? Tut mir leid, alles ist für den Spielomaten ausgegangen. Oder draufgegangen. Und der Alkohol war auch nicht ganz billig. Naja, du hörst mich auch an wie so ein Mopel, ne? Ja. Nee, du, ich hab grad kein Geld. Ha, du bist so klein und kriegst kein Geld von mir. Nee, 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 nee. Ich weiß. Dann geh... Ja, ja, wir haben's verstanden. Aua, mein Kopf. Ich muss jetzt erstmal... Erstmal aufs Klo gehen. Den ganzen Alkohol auskacken. Lieber das Feuerzeug ausmachen, sonst explodiert hier noch alles. Ah. Oh. Oh. Oh, scheiße. Hm. Oh. Äh. Alter. Ich bin nicht da. Ich bin immer noch nie da. Okay, gut. Ähm, na, 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 gut. Dann, äh, so. Man nennt mich Börben. Hör zu. Ich muss zur trockenen Station, um Geschäfte zu erledigen, aber dieses Rattenloch ist abgeriegelt. Ich kenne jedoch eine sogenannte verfluchte Passage, vor der man ja Angst hat. Aber wie ich gehört habe, wirkt die Scheiße in den Tunnels bei dir nicht. Du kannst mir also dorthin helfen. Und ich gebe dir meine AK, wenn wir dort sind. Gut, abgemacht, gut. Hier ist eine Vorauszahlung für den Fall, dass du dich erst ausrüsten musst. Bist du bereit? In diesem Mistloch zu hocken, ist nutzlos. Verbessern Sie Rigg mit Bourbon. Ach so, verlassen Sie Riga mit Bourbon. Bourbon, Bourbon. Gut. Aber das werden wir alles in der nächsten Folge gleich machen. Weil das wird dann ein bisschen zu viel für diese Folge.